Ich habe die beiden gefragt, warum wollt ihr eigentlich heiraten? Die haben mich ganz verdutzt angeguckt und ich denke so, haben die sich vorher keine Gedanken darüber gemacht. Für die beiden ist total klar, wir gehören zusammen, wir ziehen das jetzt durch. Ich möchte dich lieben, ohne dich einzuengen, dich ernst nehmen, ohne dich auf etwas festzulegen, zu dir kommen, ohne mich dir aufzudrängen, dir etwas schenken, ohne Erwartungen daran zu knüpfen, dir immer helfen, ohne dich einzuschränken, mich um dich kümmern, ohne dich verändern zu wollen, mit dir schwierige Zeiten durchstehen, ohne dabei auf Erholung und Entspannung verzichten zu müssen. Mit dir gemeinsame und getrennte Wege gehen, ohne etwas von dir zu versäumen, dich wertschätzen, ohne dich zu bewerten, dich einladen, ohne Forderungen an dich zu stellen, dir meine Gefühle mitteilen, ohne dich für sie verantwortlich zu machen, dich informieren, ohne dich zu belehren, mit dir gemeinsam ruhen, ohne dabei den Anschluss zu dir zu verpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke, dass du mich beruhigst, wenn ich Stress habe oder aufgeregt bin, dass du meine Verspannungen löst und mich stundenlang massierst, wenn der Alltag viel von mir abverlangt, dass du mit mir stundenlang Texte korrigierst und Unterrichtsmaterialien herstellst, dass du mir immer zuhörst, auch wenn ich stundenlang über Schulthemen spreche, dass wir auf einer Wellenlänge sind und uns gegenseitig stets respektvoll die Meinung sagen, dass ich durch deine Hilfe zu der Person geworden bin, die ich selbst schätzen gelernt habe. Dass du uns als Team darin vorantreibst, Dinge anzupacken und durchzuziehen, dass du mir bei Entscheidungsfindungen überzeugend zur Seite stehst, dass du mich daran unterstützt, meine Ziele zu erreichen und Wünsche zu verwirklichen, auch wenn sie nicht immer den deinen entsprechen, dass ich mich stets auf dich verlassen und auf eine ehrliche Meinung vertrauen kann, dass du mir den Rücken frei hältst, wenn ich mal wieder beim Eishockey, im Stadion oder mit Freunden und Kollegen unterwegs bin. Dass ich hier auf unserer gemeinsamen Reise zu mir selbst gefunden habe und nun weiß, was ich will. Als Vater bin ich überglücklich, dass du einen Mann an deiner Seite gefunden hast, der dich auf Händen tragen wird. Wehe nicht. Wehe nicht. Und auch wenn wir die letzten zehn Jahre genau 7523 Kilometer weit voneinander entfernt gewohnt haben, kann ich mir keine schönere Freundschaft vorstellen. Bernhard, möchtest du dein Leben mit Niki an deiner Seite verbringen, so schenke ihr ein Ja, ich will. Ja, ich will. Niki, möchtest auch du dein Leben mit Bernhard an deiner Seite verbringen, so schenke auch ihm ein Ja, ich will. Ja, ich will.